Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 19. Februar, Faschingsonntag. Nachdem wir aus gegebenen Anlass vorige Woche, das Jahr 1981, übersprungen haben, möchte ich das heute nachholen. Nachdem ich in den vergangenen Tagen und Wochen vornehmlich langsame romantische Titel gespielt habe, möchte ich heute anlässlich des nahenden Faschingsausklangs etwas Flottes spielen, und zwar von der Gruppe Ottowann. Ein französisches Duo mit karibischer Abstammung, nämlich mit dem Titel Hands Up. Viel mehr hat man von den weiten Herrschaften nicht gehört, zumindest ich nicht. Also mitmachen, mittanzen, mitturnen. Heute ist ja keine Gymnastik im Fernsehen, also könnte man da mitmachen. Viel Spaß beim Zuhören, bis nächsten Sonntag. Tschüss, Baba. Zuhören, bis nächsten Sonntag. Zuhören, bis nächsten Sonntag. Tschüss, Baba. Zuhören, bis nächsten Sonntag. Tschüss, Baba. Zuhören, bis nächsten Sonntag. Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.